Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Dienstag, den 27. November. Heute haben wir dabei Google Maps, Drohnenstandards, Amazon Restaurants, nochmal Amazon und nochmal Amazon. Heute ist anscheinend der Amazon-Tag. Ja, beginnen tun wir aber mit Google und Google Maps. Die haben jetzt ein neues Feature und zwar in den Reviews in Google Maps können jetzt auch Hashtags verwendet werden. Fünf Stück sind möglich. Google selber schlicht vor, die an den Ende des Reviews zu packen, damit sie halt weniger stören. Man kann sie aber wohl auch einfach in den Text integrieren, wenn es Sinn macht. Und ja, über die Hashtags kann man entsprechend, wie man es gewohnt ist, ein Hashtag anklicken und findet dann andere Orte, die ähnlich von den Nutzern markiert worden sind. Das Ganze ist jetzt wohl auf Android live. iOS sollte dann wohl schnell kommen und im Web auch. Und wurde soweit erstmal nur den Mitgliedern des Local Guides Programms in Google Maps bekannt gegeben. Aber ich denke, das wird dann bald, wenn nicht gar, sehr schnell für alle Nutzer verfügbar sein. Und dann könnt ihr eure Reviews auf Google Maps mit Hashtag versehen. Nächstes Thema, Drohnenstandards. Ja, es gibt ja in jedem Land andere Standards und jetzt hat sich die International Organization for Standardization daran versucht, mal Standards zu etablieren, die dann hoffentlich von allen übernommen werden. Und ja, es gibt da diverse Punkte. Es ist eine relativ lange Liste, die eigentlich festlegt, wo darf man überhaupt fliegen, wie hoch darf man fliegen, was muss man alles bereitstellen. Und da ist jetzt der erste Entwurf veröffentlicht worden. Der kann allgemein öffentlich eingesehen werden bis zum 21. Januar und dann wird er wohl finalisiert und den ganzen Ländern der Welt zur Verfügung gestellt, damit die den dann adoptieren können. Ob das so funktioniert, wage ich mal ehrlich gesagt zu bezweifeln. Was auf jeden Fall anscheinend nicht funktioniert hat, ist Amazon Restaurants. Wahrscheinlich habt ihr noch nie davon gehört. Das war in Europa, soweit ich weiß, nur in London verfügbar und genau dort wird es eingestellt. Amazon Restaurant ist praktisch der Konkurrent zu Uber Eats oder Deliveroo. Also praktisch ein Lieferdienst, der zu einem Restaurant fährt, was keinen eigenen Lieferdienst hat, dort das bestellte Essen abholt und zum Kunden bringt. In London war es auch Bestandteil des Amazon Prime Programms, sprich Amazon Prime Mitglieder mussten für den Lieferservice halt entsprechend auch nichts zahlen. Und das Gericht hat ja den gleichen Preis wie im Restaurant selber gekostet. Aber anscheinend hat das wohl nicht so toll funktioniert, denn wie gesagt, das wird jetzt eingestellt und damit werden wir es wohl auch nie in Deutschland sehen, glaube ich. Aber was wir jetzt in Deutschland auf jeden Fall sehen, sind Apple Produkte und zwar Apple Produkte auf Amazon. Es war schon angekündigt und jetzt ist es soweit. Ihr könnt auf Amazon iPhones und MacBooks und andere Geräte von Apple kaufen. Das war ja früher auch schon mal möglich. Ich weiß noch, ich habe glaube ich mein erstes MacBook Air damals noch über Amazon gekauft. Dann haben die sicher zerstritten. Aber jetzt sind die Geräte wieder zurück und die Preise sind durchaus ganz attraktiv und unter anderem ist zum Beispiel auch das iPhone X auf Amazon zu kaufen. Bei Apple selber gibt es das ja schon nicht mehr. Und letztes Thema für heute, Amazon, es geht weiter. Was es jetzt auch bei Amazon gibt, das sind Gutscheinkarten für nicht nur Amazon halt selber. Die waren ja schon lange verfügbar, aber jetzt auch endlich für Google Play, Netflix, Spotify, iTunes, Christ oder Deezer. Die könnt ihr dann dort kaufen in den entsprechenden Größen und dann rechtzeitig auch in dem Fall jetzt noch zu Weihnachten verschenken. Ja, und das war es dann auch schon für heute. Ich hoffe, ihr kommt gut in den Dienstag und wir hören uns dann morgen wieder. Bis dann, bleibt positiv. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk. Geek Talk.